Dein Partner heiratet deine Schwester? Angela und ich sind beschäftigt. Wenn du das noch einmal sagst, schieße ich dir ins Gesicht. Wenn Sie ihn mit noch Miami nehmen wollen, bitte. Ich übernehme hier die Führung, weil ich dir die Tick jetzt will. Jetzt kommt mal alle... Na gut, seit wann machen wir das? Let's get ridiculous! Wir müssen mir helfen, ein paar stichhaltige Beweise zu bekommen. Wie kommen wir da rein? Prince Admiral Stevie Motumbe. Und meine zwei Bediensteten. Ich bin nicht dein Bediensteter. Du bist genau das, was ich sage! Ich will mein Gesicht nicht.